gott ich hoffe meine stimme macht halbwegs mit halt durch dieses schon zwei stunden geräte dadurch noch was halt im alltag noch dazu kommt mit dem geräte das ist schon ganz schön schwer und eine ganz schöne strapaze da ich auch mich hier mit antibiotikum aus der apotheke vollgefrachtet habe was halt die diese unwahrscheinliche schmerzen die ich habe komplett unterdrückt aber ich merke diese strapaze auf dem kielkopf sehr tolle und ich kann ja mal versuchen normal zu reden da klingt das nämlich so also versuche ich ein bisschen höher zu reden und dann klingt das nicht mehr ganz so schlimm ich freue mich schon aufs davos nachher wenn ich das aufnehme weil das ist dann das nächste was ich machen werde doch ich habe es gar nicht nachgeschaut habe mir noch ein paar lian brauchen die ich hätte mitnehmen können ja egal ich habe eine brücke und da ist ja der weg schnell so ich hoffe doch ich finde hier mal im team auch hier ich glaube ihr wisst wenig meine ja leider was mich echt ganz schön ärgert war das natürlich jetzt eine recht unproduktive folge wird sie schon wieder nacht sind das tagen auch das wäre schön gewesen aber es gibt Tannen wenn ich mich nicht alles täuschen fichten möchte ich behaupten ja ich werde versuchen so leid wie es mir tut nicht allzu viel zu reden einfach um meine stimme zu schonen so wenn ihr irgendwo marcy seht dann sagt bescheid ich bleib da stehen wenn ich so rennen und ein nur über uns die da ist ein schwarzes Schafscher geklappt und ich habe keine Schere dabei hier ist nirgends wo ein Huhn warum ist denn hier nirgends wo ein Huhn? das ist mir ja schon fast ne Rätsel hm 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 ach das ist ja blöd 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 Ehm Toll Ja, hast du Kühe, äh, Kühe sag ich schon Hast du irgendwo Hühner gesehen? Wir müssen doch irgendwo Hühler sein. Und wo zum Geier sind wir eigentlich? Scheiße, ey. Ach, soweit kann ich nicht laufen wegen ein paar Hühner, weil wir müssen die auch nach Hause kriegen und das ist ja dann sonst viel zu weit. Zudem wird es dann ja auch wieder nachts. Und da wäre das sowieso fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir dann die auch sicher und heil nach Hause kriegen. Das geht nicht. Mist, ey, das wohnt mich. Und ich will nicht, dass es Nacht wird, Manu. Scheiße, aber da ist schon die Brücke. Weil ich will doch noch schlafen gehen. Ups, jetzt hat es geruckelt. Und wenn uns irgendwelche Monster sehen oder spawnen vielleicht noch, dann kann ich nicht schlafen. Hier fehlt übrigens Zaun. Ist kein Text Tonfehler, da fehlt wirklich Zaun. Ach, Kacke, ey, das ärgert mich. Oh, da ist ein Creeper, den lassen wir einfach außen vor. Genau wie den anderen Creeper und das Rottenfleisch, was da lag. Lass mich einfach in Ruhe. Einfach in Ruhe lassen, ja. Scheiße, ey. Ach, guck mal, das ist Kies. Solange in Ruhe. Ey, Ideally, Treeper will's. Ach, hier ist es. Na gut, dann gehen wir halt in die Neto. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Und unser Freund wartet schon auf uns. Oh, wie ich in Hassel. Okay, und als ich beim letzten Mal am Neto war, hab ich festgestellt, dass wir nur da lang können. Ist in der zwei von den Viechern oder was? Okay, wir gehen doch nicht in den Neto. Das ist geradezu gefährlich. Scheiße, ey. Scheiße. Nicht bei zwei Viechern. Und Bock auf eine Höhle habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich will auch nicht rausgehen und kämpfen, ey. Ich will schlafen. Ich könnte mal versuchen, ob das jetzt klappt mit dem Schla... Okay, es klappt nicht. Die Spinne hat sonst gesehen. Ja. Scheiße. Scheiße. Oh, mein E. Ich will nicht rausgehen. Oh, ich will nicht rausgehen. Ich will nicht rausgehen. Ich will nicht rausgehen. Ich will nicht rausgehen. Mh. Mann. Wo geht gleich noch mal die Sonne auf? Hier, ne? Hm. Aber es sieht nicht annähernd so aus, als wenn sie bald aufgehen würde. Und vermunt sie ihm auch nicht wirklich viel. Ja, ist jetzt hier Kino oder was?